Setze oder lege dich bequem hin. Wähle eine Position, in der du dich ganz wohl fühlst. Atme tief ein und wieder aus. Schließe die Augen und lass die Gedanken vorbeistreifen. Deine Gedanken sind wie Wolken. Du lässt sie los und sie ziehen vorbei. Stell dir vor, es ist Sommer. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und du bist auf einer schönen Blumenwiese. Hinter dir befindet sich eine große Eiche. Du lehnst mit dem Rücken gegen diese Eiche und sie gibt dir Kraft. Du fühlst dich mit dem Baum verbunden. Die Wurzeln des Baumes reichen tief in die Erde hinein. Der Baum ist fest und stabil. Auch du fühlst dich jetzt fest verwurzelt wie dieser Baum. Du fühlst dich kräftig und stark. Die Kraft des Baumes geht in dich über. Es geht ein leichter Wind, der durch die Äste des großen Baumes raschelt. Dieses Rascheln der Blätter ist wie Musik für deine Ohren. Und du gleitest noch tiefer in die Entspannung. Der Baum bietet vielen Vögeln einen Aufenthaltsort. Das Zwitschern der Vögel entspannt dich noch einmal. Du fühlst einen tiefen inneren Frieden. Du bist ruhig und gelassen und atmest tief ein und wieder aus. Du nimmst all das Positive mit deinen Sinnen auf. Blumen, die um dich herum stehen, duften ganz herrlich. Konzentriere dich noch einmal auf die Wurzeln des Baumes und dann auf deine eigenen Wurzeln. Sie sind tief und fest. Diese Wurzeln machen dich stark. Diese Wurzeln des Baumes und deine eigenen sind jetzt miteinander verbunden. Wenn eine heikle Situation im Alltag besteht, so denke an diesen Moment zurück. An die Verbundenheit eurer Wurzeln. Atme noch einmal ganz tief ein und wieder aus. Nun ist es langsam an der Zeit zurückzukommen. Die Wiese, die Blumen, das Gezwitscher der Vögel. Alles verblasst immer mehr und du kehrst in deinen Alltag zurück. Rekke und strecke dich. Öffne die Augen und du bist wach und fit für deinen Alltag. Rekke und strecke dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020